Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo wie sind Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nikfrei Zockt, Prison Architekt in der Release Version. Wir sind wieder hier in unserem Knast und wir gucken gerade nochmal, dass hier wirklich alles auch gesperrt ist, was gesperrt sein soll. Dann gehen wir wieder zurück. So, wir haben hier Zellen, wir haben Gefangene, ich weiß gar nicht, wie viele Gefangene haben wir denn, wie viele Zellen haben wir denn? Wir haben 25 normale Gefangene, wir könnten 37 normale Gefangene bei uns unterbringen. Das entsteht eine Differenz von 10 von 12. Wir können noch 12 Gefangene reinholen. Obwohl wir nicht mal alle Bedürfnisse von den Leuten erfüllt haben. Number per day, das ist neu, oder? Ey, sag mal, das ist, das ist doch neu, oder? Alter Schwede, nein, 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 closed. Wir müssen erstmal, nicht dass auf einmal hier 50 Leute stehen. So. Null. Wir holen erstmal 10, dann sind wir bei 37. Gesamt. Und 35 normal. Das passt. Wir machen erstmal nur 10 Leute. Total Prisoners. Moment mal. Äh. Nein, ach Gott, ey, das ist, wieso ist das denn so kompliziert? Das war doch die ganze Zeit so schön einfach. Nein, ich will nicht auffüllen auf 43. Ich will. Ich verstehe es nicht. Also ich kann praktisch sagen, ich will 27 Gefangene bei uns haben. Und es soll nur normale Sicherheitsstufe reinkommen. Und dann sorgt er dafür, dass immer 27 normale Gefangene drin sind, auch wenn Leute entlassen werden. Sehe ich das korrekt? Das testen wir jetzt mal. Aber wir gehen runter auf 25. Das ist mir zu riskant, dass der da Scheiße baut. So, wir lassen das so. Ihr Gefängnis nimmt keine neuen Häftlinge auf. Siehe, Einlieferung. Ach nee, da nimmt Gesamt. Seht ihr, da haben wir nämlich schon das Problem. Das sind nämlich die Gesamtgefangenen. Jetzt müssten wir praktisch ausrechnen. Wir könnten 43 aufnehmen. 3 Hochsicherheit. Sind wir bei 40. 3 Schutz. Jetzt sind wir bei 37. Wie das hier steht. 37 Gesamtgefangene. Da müsste ich jetzt hier einstellen. Nächste Einlieferung sind dann 10. Okay, dann gucken wir einfach mal, was er daraus macht. Wir wollen also immer auf 37 auffüllen und 37 sind die, die in die normalen Zellen passen und wir lassen die auch nur normale rein. Alter, ist das kompliziert geworden. Das muss man erst mal verstehen. Neues Feature auf einmal aus dem Nichts. Neues Feature da, ja. Keiner erklärt dir, wie es funktioniert. Du stehst aber immer über die Kuh vom Berg. So, ähm, was läuft dann? Was läuft dann? Was läuft dann? Was wollten wir machen? Wir wollten erst mal gucken, dass wir Geld verdienen. Dass wir die Leute hier ausbilden. Dass wir die Leute hier ausbilden. Einführung, Sicherheit in die Werkstatt. Ja, benötigt Einführung, Sicherheit in die Werkstatt. Okay, Programm. Einführung, Sicherheit, Werkstatt. Ähm. So, sechs sind interessiert. Von neun bis elf. Wir lassen die Zeit laufen. Und wir warten mal ab, ob hier von neun bis elf Leute reinkommen, die dann hier einen Vortrag halten. Oder so. Ja, irgendjemand hat gesagt, vor den Laden sollen wir Metalldetektoren hinmachen, weil da immer Sachen reinkommen. Also, die gehen mit der Ware durch eins, durch zwei, durch drei, durch vier Metalldetektoren. Ich gehe mal stark von außen, was wir finden, was da drin ist. Es sei denn, es sind Drogen, weil wir haben noch keine Hunde. Da müssen wir noch dran arbeiten. So weit sind wir aber noch nicht. Wir müssen einfach Geld verdienen. So, in, äh, zehn, normale Sicherheitsstufe kommen in zehn Stunden. Das sieht so weit so gut aus. So, hier baut sich ein bisschen Stress auf. Ach, wir haben schon zehn Uhr abends. Die gehen jetzt gleich pennen, glaube ich. Der hier, äh, wird schon ins Bett geschickt zum Schlafen. Der ist doch müde. Setzt sich aufs Bett wegen Komfort und schläft nicht. Und hat ein Freiheitsproblem. Was wollen die denn die ganze Zeit? Die rennen hier rein, dann rennen sie wieder raus. Dann rennen sie hier rein, dann rennen sie wieder raus. Ein bisschen verwirrt, die Leutchen. So, ähm, das ist jetzt blöd. Ein bisschen eng hier drin für so viele Menschen. Oh, da hat einer unterwegs gekotzt. Und jetzt sind sie aber auch alle müde. Jetzt gehen sie alle ins Bett und schlafen. Dann nimmt auch hier die Gestrestheit ab. Alles wird gut. Alles wird gut. So, die, äh, die Leutchen hier, die, da hat eben einer von unseren Putzkräften gebügelt. Von den Hausmeistern. Na, seht ihr die Räume hier drin, nehme ich auch aus. Machen nicht nur Gefangene. Drei. Drei. Ich würde mal sagen, hier machen wir mal fünf rein. Da wollen wir die maximale Kapazität rein, wenn denn möglich. Passt. So, das Problem ist, wir müssen hier Nummernschilder produzieren. Und hier liegt massig Holz. Ich hoffe nur, dass die dann auch Nummernschilder produzieren, solange Metall da ist. Äh, und dann kein Metall nachordern, weil ja Holz da ist. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert hier. Oh, wir machen leichtes Minus. Im Cashflow. Hm. Es ist drei Uhr morgens. Und wir durchsuchen mal den Zellenblock. Wir durchsuchen mal den Zellenblock. Wir durchsuchen mal diesen Zellenblock. Wir durchsuchen mal die Holding Cells. Wenn du die nachts erwischst, ist das nämlich so eine Geschichte. Da kannst du entdecken, wenn die Tunnel bauen, weil dann liegt ja keiner im Bett. Wir holen die ja alle raus. Durchsuchen mal den Zellenblock. Durchsuchen die Toiletten. Da sollten Tunnelbauer eigentlich auch fallen, ne? da haben wir Alkohol gefunden, da haben wir einen Schlagstock gefunden das ist ergiebig nachts ein Razzia zu machen, muss man wirklich so sagen so, es ist morgen die Durchsuchung ist gelaufen, die liegen alle noch im Bett und schlafen außer die, die in die Einzelhaft verschoben werden Pause Informanten gibt es hier Leute, die Interesse haben Informanten zu sein scheinbar nicht so, aber der Stress wird größer hier und wir kriegen noch Zuwachs beides nicht gut, das war falsch das will ich nicht gehe da wieder rein so, die Zellen gehen auf der Stress ist groß, weil jetzt gucken wir mal, weil Stress ist groß, weil wir haben Bedürfnisse, Hygiene deshalb gehen die ja jetzt alle duschen der Weg ist halt ein bisschen weiter wir brauchen hier hinten noch irgendwo eine Dusche wahrscheinlich hier oben ran, noch eine Dusche dran bauen dass die alle in die Dusche gehen können warum nimmt da das jetzt der Stress zu, die haben doch alle in die Kirche ein Problem das müsst ihr doch jetzt abnehmen, wo sie duschen geht doch einfach duschen geht doch einfach duschen was hauen sie sich denn da schon wieder auf die Fresse die sollen einfach duschen gehen Herrgottssakrament Nummer ist das denn so kompliziert die machen unsere Wachenblatt sehe ich das richtig das macht der dennoch Stunk kriegen wir das jetzt in den Griff das macht Stunk einzelhaft sechs Stunden oh Mann oh Mann oh Mann die Ärztin holt sich selbst Verletzte das ist auch neu das habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen da sitzt einer wer sitzt denn da das ist eine Lampe oder deshalb haben wir das Problem Interesse nee kein Interesse wir holen wir holen den da mal rein ich will mal ein paar Sachen wissen jetzt hier da liegt ein Polaroid Tote und Verhaftete Standard bei mir da macht schon wieder einer Randale zack 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 Knüppel raus fertig den mal durch wer Stunk macht fliegt raus wir haben keine freien Wachen weil die alle mit irgendwas beschäftigt sind hier ja es läuft noch nicht so rund wir brauchen hier noch ein bisschen bis sich das alles eingespielt hat erstmal kommen jetzt ein paar neue Gefangene da kriegen wir noch mal ein bisschen Kohle obendrauf weil wir machen ja gerade Verlust bis die Werkstatt sich dann hoffentlich mal anfängt zu drehen die Sache ist die wollen Erholung die wollen Alphabetisierung ja wir bieten Schulungsprogramme an geht keiner hin von den Nasen ja Erholung die haben Freizeit dann sollen sie die Freizeit doch einfach mal nutzen was war das dann sollen sie die Freizeit doch einfach mal nutzen und sollen mal was tun was Sinnvolles ach ausgerechnet auch noch der Typ mit dem Kopftuch ist hier drin wenn jetzt auch noch der Bandentyp hier drin ist dann wird es lustig so der unterrichtet die normalerweise ist dem so Besserungsprogramm ja warum ist denn hier die Laune so heftig ich verstehe es nicht dann erholt euch doch Arbeit bedeutet dass die die keinen Job haben und die nirgendwo teilnehmen Freizeit haben nehmen alle Anbesserungs- und Schulungsprogramm teil und sagen dann wir haben alle keine Freizeit was hämmert denn da so es ist aber auch hardcore dass keiner da ist der Türen auf und zumachen kann der kackt der telefoniert das ist Mordslärm da unten im Knast ich glaube ihr hört das gar nicht so passiert nix erholung passiert nix ich weiß auch nicht irgendwie wir machen wieder Plus ich weiß zwar nicht warum aber wir machen wieder Plus einer hat bestanden fünf haben es beendet einer hat bestanden 13 sind interessiert Programme neu ansetzen äh wieso nur zwei wenn elf interessiert sind äh ich verstehe es nicht wahrscheinlich überschneidende Programme oder so so der fängt an hier zu arbeiten der räumt mal auf endlich räumt mal einer auf das ist ein guter den habe ich lieb gewonnen wie heißt der der hat bestanden und der räumt auf habe ich schon Angst gehabt weil er ein Kopftuch trägt seht da so können Äußerlichkeiten Probleme verursachen man schätzt die Leute falsch ein nur weil die Optik nicht stimmt so was macht der da der hat Hofzeit und die haben Freizeit der hebt Gewichte der telefoniert und der Spitze läuft damit rum haben wir eigentlich vom Informanten wir haben jetzt unsere Infos gekriegt oder habe ich das jetzt äh verdattelt weil wir da drin bleiben müssen Coverage 21% aber zur Essenszeit führen wir ihn ab das ist ja pervers da glaubt doch keiner dass das ein Spitzel ist oh Hart und Bandenmitglied wir haben jetzt zwei Bandenmitglieder wenn die in der gleichen Bande sind geht es ja noch aber wenn die nicht in der gleichen Bande sind dann geht es bald rund so und wer macht das jetzt mit dem hier ich will ja Tipps ah da sind die Tipps ich wollte gerade sagen auf den haben sie es abgesehen da geht es auch schon rund weil eigentlich wollten wir den jetzt in Schutzhaft nehmen also erstmal lassen wir den dann natürlich gehen ich bin gerade am kämpfen hier wieder rauszukommen so hoffentlich überlebt Schlägerei ihr seht es hier Arische gegen Schwarze aber das war hier nicht der Grund glaube ich das hier war mehr so oh ja da haben wir sie schon die Leute die jetzt rote Kittel tragen Doktor 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 nichts dass uns hier einer verblutet da sind schon welche bewusstlos die haben ganz roten Balken das war jetzt aber eine üble Geschichte, sag ich euch da ist ein Spitzel, die wollten den umlegen das ist halt so ein kleines Problemchen hier, geben wir offen zu wir kriegen nicht genügend mit oder wir kriegen nicht genügend mit und das führt dann zu solchen Aktionen aber wie es aussieht, das haben alle überlebt, ist ja schon mal das wichtigste so, es ist Hofzeit und die Spitze sollten in ihrem Knast sitzen, dem geht es noch gut der war ja auch nicht in der Gruppe von den ganzen Jungs da drin so, wir führen die entsprechenden Leute hier mal ab so, was haben wir denn hier? Bandenmitglied und wir haben glaube ich noch ein Bandenmitglied ist natürlich auch die Frage, in welchen Banden sind die dann drin? Aha, da sehen wir es schon das ist der und das sind die anderen beiden das heißt der hier könnte als einziger auch ein Problem kriegen weil wenn die sich mit denen da hauen das wird nicht gut, das wird gar nicht gut was machen wir mit dem? das ist schwierig den schließen wir mal 24 Stunden ein bis die sich da alle eingelebt haben sagen wir es mal so so, ich glaube wir brauchen ob wir wollen oder nicht, ich glaube wir brauchen noch ein paar Cops wir haben momentan absolutes Desaster mit den Türen hier es sind einfach keine Leute da, die die Leute abfertigen wir haben einfach keine freien Cops wir haben 20 Stück, die sind alle, die sind alle so ausgelastet so und dann hoffen wir, dass wir alles wieder ans laufen bekommen und dass der Knast sich wieder ein bisschen runter kühlt Tja, der ist ich glaube der ist happy es hört sich blöd an, aber ich glaube der ist happy dass der hier untergekommen ist und noch am Leben ist so wir haben Ladenumsatz gemacht das hören wir auch gern eigentlich ist es Arbeitszeit das heißt der Jungen mit Kopftuch genau der ist auch hier der macht irgendwas ich weiß nicht was er macht, aber er macht irgendwas der macht überall an jeder Säge macht er ein paar Bretter wie es aussieht und ich glaube wir richten mal langsam die Exportzone ein und dann bin ich mal gespannt was die da drin jetzt verkaufen wollen also ob die jetzt anfangen Holz verkaufen zu wollen oder ob die anfangen Holzplatten zu verkaufen weil was ich will ist ja dass die Holzplatten verkaufen eigentlich und nicht die Holzstämmer so da hat einer hingekackt und geschissen und gekotzt der auch ja und die nehmen Holzstämme und verkaufen sie also ich bin mal gespannt wann sie das mal geregelt kriegen dass man Hierarchie einführt dass immer das höchstwertige Gut verkauft wird macht ja keinen Sinn jetzt die Rohstoffe zu verkaufen da haben die ja keine Arbeit mehr ja es ist kurios die verkaufen tatsächlich jetzt Holzstämmer die haben doch echten offen naja shit happens gut so viel soll es gewesen sein heute hier zum Knast der Aktion wir haben ein neues Feature angeguckt wir hatten eine Massenkeilerei wir haben die ersten Banden Jungs einen davon haben wir mal weggesperrt dass der erstmal nicht auf die anderen trifft was mit Sicherheit nicht unbedingt ein Problem darstellt und dann gucken wir mal dass wir das alles hier wieder ans Laufen bringen dass wir regelmäßig Geld reinkriegen dann können wir einzelne Duschen bauen dann können wir dann wirklich mal dann können wir anfangen mal ein bisschen auszusondern können Bandmitglieder voneinander trennen damit die sich dann nicht zusammenrotten ja das ist nämlich alles so eine Geschichte wenn du zu viele Bandmitglieder in einem Viertel hast die übernehmen das dann brauchen wir noch Hunde die schnüffeln nach Drogen und ich weiß nicht was noch alles also wir brauchen noch jede Menge Kram aber ich bin erstmal raus sag danke fürs Zuschauen wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos machts gut bis zum nächsten Mal bye bye